vor dem will das nicht, wenn ich den erlege werde den muss ich auch wieder wegnehmen was denn doch einer batronie läuft oder den ich sehe schhhh 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 hier fällt er nicht auf und den können ja auch ziemlich easy erledigen wenn der Gau so weitermacht ah da sind die meisten Leute dahinten einer läuft gerade Patronium hier 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 machen so nicht in den beruhigen das ist ein guter der mag wahrscheinlich von hinten kommen hier 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm? 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 Na genau, halt immer nach links, ich halt immer nach rechts. Oh, hier hat's kein Schnee mehr. Links mal gescheites Pferd. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 jetzt krieg ich wahrscheinlich irgendwie 40 euro oder 20 wenn ich einen kaufen will du musst 2000 bezahlen eigentlich finde ich überhalten ja 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 ich hätte 15 ja willst du den tisch kaufen oder willst du nicht viel kopfgeld ja da bin ich beide ich brauch 20 wenn du dann zahlst du einmal 15 und dann zahlst du nochmal 15 weißt du also spare ich mir doch die 10 wo bin ich jetzt überhaupt ich will zu diesen md in irgendeine Richtung stimmt ja schonmal ja sind eh nur schlechte schlechte Füller oder nix besonders und sei weg da hat er jetzt danach wieder aufgefüllt können das sein ne hat er nicht aber der repetier ist irgendwie noch 200 hatte ich die nicht benutzt hm hm muss ich her hey partner hi da ist doch da oben was oder ich wollte sagen war ouch voraus das ist ein pferd einfach mal ein filz ich glaube hier gibt's oregano thymian auch gut die thymian schon probiert weiß ich nicht, jetzt esse ich ein essig vielleicht kann man die sogar auch einsammeln hier komm herr, blöck, 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 blöck wir müssen die kakteen reinreiten, das tut Aura ja, ich befürchte es ist halt nicht so flach wie du denkst okay na boah hab ich getroffen okay 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 so okay verkaufstisch einfach nur im lager und ist ein kackdreck ich weiß nicht ich mache es kackdreck und dann auch mit den Händen ich brauche auch Geld für den gescheites Quer es Das war's. Ich spiele eigentlich defensiv oder ist er wieder auf aggressiv? Das geht... Kann der sich das nicht merken? Das war ein Orabe. Oranger Himmel. Ja. Die kennst du doch eh nicht. Was willst du dir zureiten? Das eh nicht verkaufen. Oder selbst benutzen. Ich hörte mich mal wieder gestriggelt werden. Na, das soll's bekommen. Hopp, hopp, hopp. Na, willst du kacken? Na, fliegen gegen Kackebrückchen. Nur so raus im Galopp. Nicht mal in Ruhe Äpfeln kann man, wa? Das ist doch weiter als dass ich dachte. Das ist das, was ich. Das ist ein Wart. Das ist ein Wart. Das ist ein Wart. Das ist ein Wart. Ah, jetzt hab ich schon was zu futtern. Äh, ja, good evening. Da kann man nur Emotes machen und dann... Winken. Weil wir sind ja nicht dumm. Und dumm. Punkt. Spieler suchen wir gegen ein Strick für Tom Davis. So, ist da noch das letzte Mal? Hör ich auf. Oder er stürzt vorher ab. Wer weiß. 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 Wie soll man viel? Wo ist der Weg? Wer weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt bräuchte ich irgendwo ein gast damit ich meine fälle noch verkaufen kann ich bin jetzt hier ganz hinten an benedict point hier gibt es einen schlachter kriegt der das halt das glaube ich sowieso nix perfektes dabei sonara gabelbock so 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 auch mal Reet und da gibts das nächste Mal auch wieder genügend Optionen ich will nur das Zeug verkaufen was auf dem Pferd ist und dann ist gut für heute das bringt eh nicht viel den Rest behalten und den Rest behalten so, Schluss heute und dann und dann und dann und dann und dann Vielen Dank.